ja gps ist an bereit mich aufs maul zu legen äh ne heute nicht alter keine ahnung feuchtigkeit zeit äh äh hier bin ich für Martin hoch jetzt mal, wenn wir von Kölnstadt aussehen im Feuchertag gefällt mir das ja gar nicht alter warum hab ich angehalten einfach nicht anhalten, wo ist das Problem? einfach nicht anhalten kleine Startschwierigkeiten aber ok so so Oh mein Gott. da hab ich mich das letzte Mal schon in ihm irgendwo verfranst nasse Wurzeln! Nein! Danke! Ah! Ah! Okay. ich hasse feuchtigkeit was war da? scheiße ich werd gefilmt erzähl uns deine geheimnisse nein nein das gibt jetzt wieder so video wo ich nachher im endeffekt bereue hast du schon jemals ein video mit mir bereut? nein ja absolut nicht nein welches denn? erzähl denk dran ich hab die dashcam mitlaufen einfach mal rollen lassen oh oh Oh, sans rien. sorry für den ausbremser die spitzkette ist voll verhaftet ich auch fahr vorbei, back achso, das ist gerade back ja, die line wollte ich eigentlich eh anders dann nehmen, genau deswegen ich glaube, wenn man da links über den enden felsen drüber fährt das war ich zu langsam alter, okay, war alles zu langsam scheiße unzu leichte gang und viel zu hoher luftdruck drin ok, jammer, fahr kackt ok, schon lange nicht mehr so dumm geworden, vor allem das oberste stück kackt alle dran, alle drinnen, alle dran ich steh grad ein bisschen falsch oh lenker, aua, Hand mit dem Baum kleiner Finger mit dem Baum ich versteh grad kein wort oah alter wunder macht der Meerblock aber wenn er zweckt wunder macht der Meerblock, aber wenn er zweckt ah fuck ähm ok doch, ich glaub hier ist immer mal lang das war die platte Tour und jetzt mit dem Oli da will ich eh noch wieder Geschwindigkeitsrekord aufstellen ja gut ja gut du musst halt ein bisschen mehr rein treten dann kannst du das gleich schon ausgleichen los schlafen jährlich ja wir müssen wir müssen ja das ist ja ja Vielen Dank.